Und damit herzlich willkommen zurück zu GTA 5 im Singleplayer-Modus. Dave Norton. Was schreibt du denn schön jetzt? Hör zu, ich vermute mal, dass du sauer bist wegen des Gefallens, um den ich dich gebeten hab. Ich wünschte, ich müsste dich da nicht reinziehen, aber ein Boss hat in ein paar alten Fällen geschnüffelt. Ich weiß, wir hatten einen Deal, aber das ist einfach eine neue Abmachung. Ich hab keine Ahnung, wer sie sind oder wovon sie reden. Ist das Spam? Das schicke ich weg. Ist das geil? Ist das der Mord oder was? Sorry, ich feiere das so sehr. Bei Michael haben wir irgendeine Mission. Und dann noch hier. Boah, Federal Investigation Bureau oder... Ich weiß nicht so genau. Ach komm, Federal Investigation Bureau. Hör damit. Give it to me. Jaaa, gute Dame, wie kann ich denn helfen? Weg werden, witten, witten, witten das hinterhalten, witten das hinterhalten. So, so, klar. Ciao. So, als ob ich das abkaufe und selbst wenn. Das ist mir sowas von egal in dem Fall. Sie wollen mich schließlich umbringen. Sie wissen genau, was sie tut. Und sie hätte auch abbauen können. Ah, Michael hat seine Zahlung endlich erhalten. Sehr nice, sehr nice. Es gefällt mir, dass du zu deinem Bot stehst. Martin, was war zu? Ja, natürlich. Na, was erwartet der? Hallo? Ich bin schließlich Michael. Natürlich steht zu meinem Bot. Ja, logisch. Zum FIB jetzt. Ich freue mich ja so nicht. Zum korrupten Arschleckern. Äh, nee. Also von Drake wahrscheinlich der Schiff oder so. Oh, komm, verpiss dich hier. Weg aus dem Weg hier. Jetzt hab ich noch Zeit dafür. Ich bin schlecht gelaunt. Ich muss zum FIB. Zieht euch alle. Jetzt zieh dich. Oh, ho, ho, ho. Komm, komm, komm. Nein, jetzt hab ich einen Stern. Komm, hör doch auf. Und da will ich gerade Mission anfangen. Ich werde jetzt meine Brüder loswerden. Komm da hinten. Dann dauert's eine halbe Minute länger. Was soll ich machen? Ja, just in case I wouldn't have it enough fun already. So, jetzt ist das mal sehen. Ja, gut, ich seh nicht, ob der oben oder oben entlang kommt. Ah, okay. Ist mir da relativ viel Latte, solange nicht der runterfährt. Na komm, das ist nur ein Stern. Alter, ein Stern muss sein in GTA dauert ewig. Ja, geht okay. Okay, wir haben sie los. Geht mir doch alle aus dem Weg. Meine Fresse, ey. Ich hab keine Zeit für euch. Ich muss dem FIB helfen. Das wird zierlich geil. Nochmal, nochmal. Ich freu mich ja so. Ich gebe das zu Dave. Ich hab keine Zeit für euch. Ich hab keine Zeit für euch. Ich hab keine Zeit für euch. Hey, Michael. David. Oh, das ist toll. Ich hab keine Zeit für euch. 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 Ist das nur die drei von euch? Oder die größere FIB? Oder die gesamte Regierung? Und ich hab keine Zeit für euch. Weil ich bin auf dem Weg dran, dass wir in dieser Truth zu reflektieren haben. Wir haben für viele Kollegen nicht sehr viel Respekt vorbeizt. Und warum beginnt du mit mir? Geniös. Du hast es. Sympathischer Typ, ein neuer Typ. Wie ich schon sagte, total ist ein neuer Typ. Das ist ein neuer Typ. Das ist ein neuer Typ. Schöner BMW. Hat sich einiges leisten. Das ist ein neuer Typ. 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 Ich bin da. Auf gehts. Hallo. Oh, hi. Nicht wundern. Ich habe hier nur ein bisschen zu tun. Sorry Leute. Ich habe das alles so weit über deinen Arsch. Deine Taunten spielen Scheiße. Es ist in unseren Regeln. Ich weiß nicht, was du sprachst. Ich installe... ...Cinema Equipment. Nicht Surveillance. Grab deinen anderen Arm. Nein, 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 nein. Ist es nicht die Tante, die wir auch bei diesen Missionen gesehen haben? Nein, nein, nein. ...Guten Morgen. ...Guten Abend. ...Zack. Ciao, ciao. Ciao. Hab dich. Oh, entschuldige Junge. Ich habe mich auch. Du bist auch noch dran. ...Guten Abend. Tschüss. Tschüss. Ok, zurück zu Michael. Komm, ich habe mich zuerst. Dich. 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 Ich auch. Hab sie alle. Das war schon sie. Ab nach oben. Ok. Ich würde da nicht ganz gerne wieder wechseln. Ist man jetzt einfacher? Glaube ich. Glaube ich. Komm schon! Yes! Wir haben noch einen. Ja! Das war der Leesner. Tschau! Hab ich doch schon. Alles cool. Entspann dich doch mal. Das ist unglaublich. Der macht hier ein Theater. Wer sind Sie, Leute? Das ist nicht wichtig. Sie sagten, sie waren die Regierung. Ich mache das Haus-Theater. Ich bin nicht ein... Warum machst du das mit mir? Hey! Halt fest! Ich habe ein paar Freunde mit dem Büro. Die werden alles erklären. Ich habe das mit mir geschickt. Du hast mir geschickt. Danke! Danke! Der Büro! Der FIB! Sie werden alles gut machen. Ich bin sicher. Keine Angst. Sie werden nach dir schauen. Hey, Keith! Bring sie in die Straße. Ich bin sicher. Ich habe das mit dem Büro. Ja! Das ist ja das mit mir. Das ist ja das mit mir. Das ist ja das mit mir. Ah, ha! In bed with the Bureau and a new running buddy. Yeah, he's more of a protégé. Yeah, what, you gonna teach him to be old before his time? Yeah, to never grow up. That seems like a good kid. Michael, ah, look at this, huh? New city, new set of problems, but the idiots, ah, they stay the same. Yep, I guess. All right, Trevor, I'll see you later. Ah, you better believe it, buddy. Ja, das wäre dann wohl auch geschafft. Denke ich, meine ich. Da müsste doch jetzt theoretisch was kommen. Guck, guck. Ja, ja, da haben wir es auch schon. 50% willst du mich verarschen? Brosse, was sind wir denn? Das war mega schnell. Nein, Brosse, klar, gib halt her. Würde wechseln. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.